Ich bin Berater bei Rogers-Bertzern und bin insbesondere im Bereich Business und Professional Services aktiv. Nach einem ganz normalen, regulären Studium namens BWL in Nürnberg habe ich mich entschieden, das war schon immer ein Kindheitstraum von mir, eine Zeit in Kanada zu verbringen. Das hat auch tatsächlich hingehauen und insofern fahre ich für längere Zeit in Kanada und habe damals für Siemens in Toronto gearbeitet. Und danach kam ich zurück, war nochmal an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter aktiv, bevor mich mein Ruf zu Bernson erfolgte. Wir hatten mal ein ganz spannendes Projekt. Da haben wir einen Kandidaten gesucht, wirklich wie eine Nadel im Heuhaufen und wir haben diesen Menschen gefunden. Der hat den ganzen Prozess durchgemacht und es lief wirklich rund. Der Kunde wollte ihn haben, der Kandidat wollte und dann stellte er sich raus, der hätte damals nach Miami ziehen müssen, dass seine Schwiegermutter Flugangst hatte. Und dann rief er an und sagte, er könne es nicht machen. Und da wir über das halbe Jahr schon ein wirklich sehr gutes Verhältnis entwickelt hatten, schloss sich da unabhängig die Frage an, okay, wir müssen mir einen Ersatzkandidaten nennen. Und dann hat er tatsächlich gelacht und sagte, gar kein Problem, ich habe einen eigenen Zwillingsbruder. Und mit dem ist er auch ganz zügig ins Gespräch gekommen und er ist dann auch in diesen Prozess mit eingestiegen. Auf Wiedersehen. Das war's für heute.